Ich bin der Herr Pacek für euch immer noch ein Stolke. Ich fand das heute anzuspielen. Die Aussicht der Kälte und der Ocker. Ich möchte auch sagen, als ich zuerst mal ein Soppenes nicht gerne ging, die auch zu Jungen blieb, die Transit hat gerade in Flori gespielt. Meine Vater gesehen hat gesagt, erst in das Affen-Titter-Geld-Publikum gesehen. So würde ich dich jetzt nicht bezeichnen, aber ich glaube es war schön. Weil ich schon so lange lebe, ich kann ja gerade hier bleiben.